Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monkey Island Part 14 Oh ist das schön, sitzt gerade Halb 8 Ich hatte heute bis 7 Uhr Schule, ist das nicht toll? Nach Hause kommen, hab mich schnell geduscht, was gegessen und jetzt sitze ich hier Dann wollen wir mal diese Männer von 12,5 der Moral überzeugen Unsere Schule beizutreten Did you know the governor's been kidnapped? Err Well, yes, we knew about that Why are you just standing around instead of doing something about it? Uh, well The governor could probably take care of herself And we are sort of busy here Mit Angst haben Yeah And we've got the circus to think of We've got to find the elephants And get rid of these minutes I'm sorry, we simply can't go at this time Na gut Eine Idee hab ich noch Obwohl sogar zwei Könnten einerseits Captain Smirk fragen Und zweitens noch den Schwertmeister Oh, und Hook Klar, drei, drei Ideen Drei Möglichkeiten Und ich mein, theoretisch sind wir ja schon Pirat Ein sehr langsamer Pirat zwar, aber Wir sind Pirat, denn wir haben die drei Aufgaben geschafft Also gemeistert Wie ich schon sagte, ein sehr langsamer Pirat Ups Da sind ich in die Maustaste Die Maustaste aktiviert dann Oh, das was hier unten steht So Ah, womit fangen wir an? Ach nee, vielleicht Wahrscheinlich brauchen wir erstmal ein Schiff Sonst können wir die wahrscheinlich gar nicht überzeugen Also erstmal zu Stan Das ist die Krill Ich bin Stan Ich bin Stan von Stan's previously-owned Vessels Und ich stand auf meine Hände um zu machen dich ein Deal Was für eine Art von Kraft sind Sie für ein Schiff Big, little, slow, you want it, I got it, and if I don't got it, I'll get it, I want to make you a deal that you're happy with, because if you're not happy, I'm not happy, but I know you're going to leave here happy today, how do I know? No? Just look at all these ships, I've got something for everyone. Come, take a look around. So tell me, what are you interested in looking at today? Let me see the best ship you've got. Hey, it's nice to meet a man who appreciates quality. I've got just the boat for you. Walk this way. No, not that. Now this, this is a ship fit for a king. I mean, we're talking 15 Staterooms, a fireplace in everyone. We're talking two pools, one indoor, one outdoor. We're talking rotating ballroom. We're talking heated crow's nest. We're talking 200 feet of ocean going decadent. And all for one low price. Speaking of price, how much would you like to spend? This is English. Money is no object. Well, it is with me. How much you got. Actually, I was hoping to get one on credit. Sorry, kid. Neither a borrower nor a lender be. That's just old Stan's philosophy. If you've got a job, the storekeeper in town might extend you some credit. Then, we'd have something to talk about. Unless, of course, you've already got some other means of financing. The scumihun? All I have is this rubber chicken. Is it one of those rubber chickens with a pulley in the middle? I already got one of those. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? I have 371 pieces of eight. Yes? I think we must be talking about completely different ships here. You've obviously been out of the ship market for quite some time. I doubt you're carrying enough cash on you for this transaction. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? on second thought, this may not be the ship for me. Okay, but I tell you, I got a feeling you're gonna leave here today with a new, previously owned vessel. Hmm. So, what else can I show you? Uh, could I see that red one again? I knew it! I knew it! Just can't get her out of your mind, can you? Now, here's a ship that's definitely worth a second look. How much would you like to spend? On second thought, this may not be the ship for me. Well heck, I can understand that. Nothing wrong with being indecisive. Even if it is a waste of my time. So, what else can I show you? Something not too expensive, but built to last. Affordable quality. Hey, that's my motto. I've got just the boat for you. Walk this way. Now I can see, you're a no-frills kind of guy. But I can also tell that quality means a lot to you. I mean, just look at the way you dress. Rugged, like this baby. She comes from a land far to the north, where the sea is as unforgiving as the men are tough and... Hey, you wouldn't happen to be from there, would you? You just seem to have a sort of Nordic quality about you. Anyway, we're talking about a real value here. What kind of price range were you thinking of? I have 371 pieces of aces. I'm glad this ship doesn't have ears, my friend. Because if she did, she'd slap your face. I don't think you've got the cash for this transaction either. You do have some other means of payment. Don't you? All I have is this rubber chicken. Is it one of those rubber chickens with a pulley in the middle? I already got one of those. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? Do you? I don't think of anything. On second thought, this may not be the ship for me. Okay, but I tell you, I got a feeling, you're gonna leave here today with a new, previously owned vessel. So, what else can I show you? What else can I show you? What else do you want to see? I don't know. I can see him. Well, what else should we do how you want to see him? Where are you? How are you? What else? Ich habe mehr anderes zu mir über. Ein Kompass? Ein Kompass extra-magnetisches Kompass. Mit deinem Bild auf dem. Das stimmt. Es kommt immer direkt hierher. Also wenn du für ein gutes Problem bist, du wirst, wo du gehen. Ich werde hier sein, wenn du zurückkommst. Aber ich kann nicht garantieren, dass diese Beine hierhert werden. Genau. Sie gehen heute schnell. Ja, Herr Rie. Ich kann gar nichts in Stoß halten. Er wird wieder zurück. Es gibt keine Antwort. Wir werden wahrscheinlich gar nicht erfahren. So. Sie haben bereits das T-Shirt. Was wollen Sie jetzt? Der Herr Rie. Der Herr Rie. Was? Das ist schrecklich. Oh nein. Das sieht schlecht aus. Sehr schlecht aus. Ich habe eine船 und eine Crew zusammen, um sie zu retten. Hmm. Ich habe ein Gefühl, ich werde das nicht vergleichen. Aber... Ich werde mich in. Ich werde dich auf dem Dock treffen. Am Dock, wo ist das? Am Dock, wo ist das? Und wo muss ich jetzt dahin? Um zum Dock zu kommen. Aber ich brauche wahrscheinlich eh erst mal ein Schiff. Dazu müsste ich mir... Ich vermute, dass ich im Shop irgendwie arbeiten muss. Ich vermute die Kombination für den Safe erfahren. Ich vermute mir das Geld daraus. Inzwischen. Inzwischen. Nachdem, nachdem, von Melee zu Hause zurückkommen, LeChuck und seine Crew finden ihre alten Hidung-Pläss in den riemen unter dem Boden der Monkey Island und zerreben. Danker. Captain, Sir. Ich bin gerade bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Captain? Captain, bist du okay? Ich habe noch nicht mehr Gefühl, wie ist unser Prisoner? Ah, ja, das Prisoner. Wir hatten ein bisschen... ...trouble. Trouble! N-n-n-n-n-nothing zu schaufen, Sir. Alles unter Kontrolle. Sie hat einige Mal zurückgebracht, aber wir haben sie in der Brücke. Kein Mensch kommt in oder aus. Für Ihre Sache, ich hoffe nicht. Mit Jahren der Planung fast verletzt, ich habe keine Chance jetzt. Herr Threep-Wood, dann? Guy Brush Threep-Wood will not be a problem. At this very moment, he's 20 feet under water. Probably bloated up like a fattened pig. His eyes being eaten out by crabs. Fish pecking at his fingers. Kind of makes you wish you were there to watch. Ah. Yes, Sir. Sure does it that. Now, go check on the route. Make sure it's locked up tight. Aye, aye, Captain. Puh. Naja, er weiß zum Glück nicht, dass wir den Holzpflock einfach nehmen konnten. Ich würde sagen, das war's dann wieder für heute. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.